Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmates, die Nebel von Ravenwood. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerung, was wir machen müssen. Wir haben auf jeden Fall so eine Metallstange in die Zialen, weil warte mal, haben wir nicht hier, tadaa, tote Tauben, nicht viel älter als Anfang 20, die sehen so glücklich aus. Die Ticket-Seller, das muss sie in der Bildung sein. Und in dieser Bildung, das ist die gleiche Person. Wo hast du sie gefunden? Da, in der Dungeon. Sie waren engagiert. Es ist sie, als ich beherrte. Sie ist sie, dann. Warum würde Widmarsch keep sie alive? Wait. Ich weiß nicht warum, aber ich muss watch. Ich muss watch. Wenn etwas passiert, ich muss... A Watchman? Evidence. Das ist sie, zu sie. Sie hat all diese Sachen von der Verkaufung mit ihr. Das ist die Wahrheit, die hier beherrenziert. Das muss ich sagen, dass Widmarsch sie empfiehlt. Er benutzt sie als eine Watchtob, um ihn zu alerten, wenn jemand in den Parken geht, und um einen Augenblick auf sie, wenn sie in den Parken geht. Aber sie hat noch einige ihrer Erinnerung. Sie hat den Lockett. You could try to bring her back memories. Even the harmful ones may break her hypnosis, which Widmarsch has no doubt exploited. Okay. Gut, also einmal irgendwie zurück. Nee, ich muss jetzt gerade einmal überlegen. Äh. Hi. Okay, doch nicht. Ja, das ging ja eben nicht. Ja klar, hä, worum geht's jetzt? Ich, ich erinnere mich. Mark! Es ist Mark. Ich erinnere mich jetzt. Wo ist er? Wir kamen hier. Er? Nein. Ein sehr lange Zeit, wir kamen hier. In diesem abandant, alten Heritage Park. Widmarsch caught uns. Er hat mir verletzt, mein Freund. Und Mark, mein Fianc. Ich bin, aber ich weiß nicht, warum. Wie viele Jahre haben sie verletzt. Es ist alles so blöd, wie ein Traum. Nein. Ein Traum. Ich fühle mich, es ist ein Herz, nur zu spüren wieder. Again, I've been suffocating for so long in the dark. Thank you. Whoever you are, and whatever you're doing here, I fear there's not much I can do for you in return. But take this. If you stumble upon my old van, maybe you'll find something useful there. How many years have passed? Please. I need some time to collect myself. Aber natürlich. Gut. Ähm. Ich überlege gerade nochmal, wo es hier zu dem Ausschuss ging. hier auf jeden fall nicht ja und dann aber hier jetzt habe ich so ein bisschen wagen lieber so 24 von 30 gerade mal gucken wie viele mittlerweile schon haben schmetterlinge ein illusions objekt wird das ist wohl die frage wo das nehmen wir einmal mit zuerst das größere dann das kleinere man sieht wie sehr sie ihre tochter liebt sie sehen glücklich aus wir sind nicht immer wieder zusammen als ich älter wurde aber sie sehen hier glücklich wie beste Freunde das schneiden wir mal auf ich weiß ist hier noch irgendetwas ich glaube nicht ne okay hm ah okay hier können wir das hier machen das heißt wieder einmal unser spielchen hier weil ich da ja auch so super toll drin bin ne ne gott wo war der fehl jetzt ne da nicht ne ne da fisch und haken äh das einmal das hier irgendwo war das jetzt da nein so dann glaube ich das hier und das hier wir haben einen steinkreis jetzt sehen wir hier unten brauchen ja ich sollte den Mechanismus erst bekommen wenn ich die richtige Einstellung wesentlich machen kann ah okay so ok das ging schnell also das ging echt schnell damit habe ich bei ich gerechnet so seien sie nach ihrem Böden in den tiefen Böden der Hellen Asmodai sprach mit seinen Servanten scattered über die Welt alle von ihnen received die gleiche offeneinander hunt each andet und kämpf zu der Death until nur ein von euch bleibt make use of this unhohlich Ritual weapon for unlike any other its power shall break the bonds of immortality The most powerful of my servants will be honored. For I shall claim his body for my return. You spoke of the ultimate ritual weapon. Is it the only way to destroy the Reapers? The Reapers used this unholy weapon in their rituals long before Asmodei was slain by Raphael. This ritual dagger bore the power of the demon, thus giving its wielder his strength, and the ability to destroy the other Reapers who were otherwise immortal, as well as any of their foul minions and creations. Okay. Wieder was dazugelernt? So, jetzt haben wir die Stücke zusammen. Äh, Berge können darum sein, wenn ich die Hitze, dann vielleicht kälte. Okay. Dann einmal mit der Metallstange. So, ich gucke jetzt einfach nochmal kurz hier, ob irgendwo ein Blödsigungsobjekt ist. Wie ich das hier was übersehe. Aber bisher sehe ich nichts. So, einmal auch hier wieder gucken. So. Die Augenhöhle sieht leer aus. Und wenig, ne? Wie ich weinig. Ich bin nurив. Rubin-Auge. Wer kommt auf solche Ideen, ey? Wer kommt auf meine Eltern zu finden, wenn du sie nicht verletzt hast, wenn du sie nicht verletzt hast. Keine Worte, ich werde sie finden. Das ist ein Wettbewerb. Aber erst, ich muss dich zu einem Safer- Es ist er! Er kommt zurück! Er kann nicht dich finden! Quick, schau dir in diesem Kuppert! Kein Fall, nicht raus, bis ich dich nennen. Ich vermisse mich, dass du eine brave Frau bist. Ich glaube nicht, dass du so weit bist. Ich muss sagen, dass ich empfiehlt. Jetzt sprechen, wo ist die Frau? Du wirst mir nicht sagen. Nein, Mata. Entweder du sie oder du sie wegst. Es wird mir nicht lange zu finden. Warum bist du hier? Ich muss reporten. Ich sehe die Frau. Rund nach dem Fortschritt. Nach dem Mansion. Ich kann dir zeigen. Sie sehen, ich habe viele Augen zu sehen. Sie kann nicht weit weg. Meine Raven wird sie verletzen. Wir mögen noch mehr. Aber du bist nicht zu gehen. Jetzt, wenn du mich. Meine andere Familie ist eine sehr gute Familie. Aber keine Angst. Du bist wieder. Nein. 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 Ich werde dich verletzen. Ich bin weg. Sie können weggehen. Was ist passiert? Ist er die Worte zurück? Sie kommen zurück? Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich kann nicht mehr. Sie müssen eine Frau Frau und gehen mit Mr. Hamilton. Er wird dich sicher. Sie können dich zu dir. Kannst du das für mich tun? Oh he, he, we're gonna go visit. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. I'm a big girl. I can handle this. Just tell me what ya do. Oh he, Wavre McKint. Dann schieb die Küste ran. Kind, was kannst du eigentlich? Ja, besonders die Möglichkeiten gibt es ja aber nicht. Natürlich nicht. Aber ich sehe eine Kiegel an der Front. Wittmarsh muss die Kiegel an der Hand halten. Versuch es, es zu sehen, zwischen den Sachen auf dem Koppel. Ich habe es gefunden! Yay! Jetzt ist die Frage, jetzt ist es auf der richtigen Schlüssel. Und mir fällt gerade was auf. Ich habe da die Katze noch aus Final Fantasy. Was hatten wir da die ganze Zeit? Das ist die Katze. Das ist die Katze. Das ist die Katze. Jetzt benutze die Kiegel an der Kiegel an der Kiegel. Ich habe es geschafft! Ich bin sehr stark! nein eigentlich nicht eigentlich bist du nicht stark und dann mal selbst das Bein hacken gut dann gucken wir uns die auch noch mal um die hätten ruhig verschiedene Motive nehmen können nicht immer dieselben ich meine das ist so etwas sehr eintönig das ist so etwas sehr eintönig Okay, und wir haben Kurkenzieher. Ich glaube, da komme ich so nicht weiter. Ich habe die Worte von Maple Creek, und ich bin noch auf der Humpfung für den Preacher. So far, er hat einen Schritt vorgelegt, aber ich habe eine Leid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017